Der Fall der Camilla Valjeva, er ist noch lange nicht vorbei. Großartige Leistung gestern der nordischen Kombinierer, die Silber gewannen. Ich mach nochmal. Großartige Leistung gestern der nordischen Kombinierer, die Silber gewannen. Und das bei Temperaturen weit unter Null. Da frieren natürlich nicht nur die Athleten, sondern auch Zuschauer und Reporter. Wohl dem, der gerüstet ist.